Ich gebe meinen Pflanzen Namen. Das ist Franziska. Wenn ich tanze, dann sieht das albern aus. Ich liebe Horrorfilme. Ich bin die schlechteste Beifahrerin der Welt. Ich liebe Bärchenwurst. Ich verliere sogar Sachen in meiner Handtasche. Ehrlichkeit ist das Wichtigste, um den Partner fürs Leben zu finden. Darum gibt es jetzt partner.de. Nur einmal zahlen, bis Sie glücklich sind. Bis zum nächsten Mal.